Guten Tag und herzlich Willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungs-Servers. Mein Name ist Andrea Völkerling. Ich bin Redakteurin für die Bildungsbereiche Elementarbildung und Sozialpädagogik, soziale Arbeit. Anstelle einer klassischen Rückschau möchte ich Ihnen dieses Jahr zwei Comics empfehlen. Und das, obwohl ich bisher gar keine Comic-Leserin war. Sie waren mir bei den Recherchen für neue Dossiers im deutschen Bildungs-Server aber besonders aufgefallen. Gemeinsam haben die Comics, dass sie beide die Perspektive von Jugendlichen in den Mittelpunkt stellen. Inhaltlich befassen sie sich mit den dominierenden Themen des Jahres 2023, der künstlichen Intelligenz und dem Nahostkonflikt. Schoko-Roboter und Deepfakes. So lautet der Titel des Comics zu künstlicher Intelligenz und zumindest was den Schoko-Roboter anbetrifft. Passt das ja ganz gut in die Weihnachtszeit. Zum Hintergrund. Das Tübinger KI-Zentrum hat im Jahr 2022 Jugendliche zwischen 11 und 19 befragt, was ihre Ideen und Wünsche zu künstlicher Intelligenz sind. Entstanden ist ein Comic, der die Zukunftsvorstellungen der Generation wiedergibt, für die das Leben mit KI sicherlich selbstverständlich sein wird. Mit dem Auftauchen von ChatGPT ist das Thema KI nun wohl endgültig in der Gesellschaft angekommen. Auch die soziale Arbeit ist damit zunehmend befasst. KI verspricht dabei Chancen für etliche Handlungsfelder wie Kinder- und Jugendhilfe oder Behindertenhilfe, birgt aber auch Risiken. Der Comic-Essay macht deutlich, dass Jugendliche selbst sowohl die Vorteile, ein Schoko-Roboter wird gewünscht, als auch Herausforderungen wie Deepfakes und Desinformation sehen. Mit informativen Hintergrundwissen flankiert, eignet sich der Comic sowohl für Erwachsene, die sich für die Sichtweise von jungen Menschen auf die Zukunft interessieren, als auch für die pädagogische Praxis. Denn mit dem Comic kann KI auf unterhaltsame Weise thematisiert werden. Überwiegend aus der Perspektive von Jugendlichen ist der zweite Comic geschrieben und gezeichnet. Mehr als zwei Seiten, heißt er. Er entstand bereits 2020, ist nun aber durch die schrecklichen Ereignisse in Nahost in diesem Jahr aktueller denn je. Die, wie ich finde, zu Recht mehrfach ausgezeichnete grafische Erzählung basiert auf einer Projektfahrt nach Israel und in die palästinensischen Gebiete, die eine Gruppe von Schülerinnen des Campus Rüdli in Berlin-Neukölln im Jahre 2019 unternommen hatte. Der Comic nimmt einen mit auf die Reise der Jugendlichen verschiedenster familiärer und kultureller Herkunft. Sie besuchen den Tempelberg in Jerusalem, Bethlehem im palästinensischen Gebiet, ein arabisches Dorf in Israel, die Gedenkstätte Yad Vashem für die Opfer der Shoah und eine Schule bei Tel Aviv. Sie kommen dabei sowohl mit Israelis als auch mit PalästinenserInnen ins Gespräch. Sie finden Gemeinsamkeiten und sie entwickeln Verständnis für die verschiedenen Positionen. Auch dieser Comic streut immer wieder Hintergrundinformationen ein. In diesem Fall zu historischen, religiösen und politischen Zusammenhängen des Nahostkonflikts. Zusätzlich werden die LeserInnen zum Nachdenken und Nachforschen angeregt und dazu, sich in die Jugendlichen hinein zu versetzen, indem beispielsweise einzelne leergebliebene Sprechblasen dazu auffordern, eine bestimmte Perspektive zu übernehmen. Man kann die Reise als LeserIn quasi miterleben und erfährt darüber hinaus einiges über die Hintergründe von Rassismus und Antisemitismus, von Krieg und Flucht. Der Comic macht durch seine einfühlsame Erzählweise und die Erlebnisse der Jugendlichen tatsächlich Mut und er bietet die Möglichkeit, dieses hochkomplexe und emotional so aufgeladene Thema mit SchülerInnen oder in der außerschulischen Jugendarbeit niedrigschwellig zu bearbeiten. Vielleicht haben Sie ja Lust, in etwas ruhigeren Stunden, zum Beispiel zwischen den Jahren, sich diese Comics anzuschauen. Sie sind, wie gesagt, auch für Comic-Banausen wie mich lesenswert. Beide sind kostenfrei im Internet verfügbar. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen und Euch schon jetzt eine möglichst erholsame Weihnachtszeit und ein gesundes und friedvolles neues Jahr.